Hallo, wir sind heute wieder auf dem Solateurcamp, heute mit der Firma K&S. Die Firma K&S ist langjähriger Partner der Firma Visual Roof Solutions. Mit der heutigen Qualitätskontrolle nehmen wir uns die Zeit, dass unsere Anlagen eben von einem externen Gutachter geprüft werden, weil wir möchten, dass die Anlagen, die wir bauen, auch qualitativ hochwertig sind, da wir Wert darauf legen, dass unsere Arbeit beim Kunden einwandfrei erledigt wird. Hallo, wir sind heute beim Solateurcamp Rhein-Neckar bei der Firma Visual Roof Solutions und machen eine Qualitätskontrolle bei dem Solateurcamp, wo hier die Solateure ausgebildet werden, um Dächer qualitativ hochwertig Solaranlagen, also mit Solarpanels zu belegen. Die Firma Visual Roof Solutions legt Wert darauf, dass ihre Angestellten hier, bevor sie auf die Dächer der Kunden gehen, qualitativ ausgebildet werden und hier dann beim Kunden direkt schon gleich gute Arbeit abliefern und nicht erst beim Kunden lernen müssen. Dafür haben sie auch uns beauftragt, dass wir sie nochmal hier unterstützen, indem wir den Kollegen hier vor Ort nochmal zeigen, worauf wir als Gutachter dann auch Wert legen, wenn wir solche Anlagen abnehmen. Damit haben sie die Chance, hier gleich von Anfang an zu lernen, wie man hier hochqualitativ und trotzdem einfach und kostenoptimal auf den Dächern die Anlagen installiert und für den Kunden eine gute Qualität abliefert. Vielen Dank! Vielen Dank!